Ich wurde in den Fluss geschleudert und Mewis hat mich wieder rausgeholt. Das ist ja unerhört. Wer könnte sowas tun? Haben Sie jemanden gesehen? Macht es Ihnen was aus, wenn wir im Augenblick diese Frage noch nicht beantworten? Nein, 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 natürlich nicht. Wo war... Ach, um Müsse da sind. Achso, also gut, dann will ich lieber nicht weiterfangen. Gehen Sie fischen? Ja, wir wollen es nochmal ein Stückchen weiter flussabwärts versuchen. Haben Sie noch nicht genug für heute? Ja, ich hab so im Gefühl, wir machen einen kapitalen Fang. Und zwar ziemlich bald. Einen großen Fang. Glauben Sie? Ganz bestimmt. So leicht ist es nicht, einen Fang zu machen. Hier im Fluss, meine ich. Naja, man muss eben den richtigen Köder haben. Und zwar im richtigen Augenblick. Und zwar im richtigen Augenblick, Mr. Dawson. Não alle Sie. Oder im Hochschild.